Du bist im Weg! Hey! Hier drüben! Herrita. Mach schon! Du! Hey, hör zu! Wegen vorhin! Ja, lass hören! Hey, du hast die vermisste Senorita gefunden! Die Senorita hat einen Namen, okay? Ashley. Und Sie sind? Ich bin Luis. Encantado. Schön. Das wäre geklärt. Also, wer bist du? Und was machst du hier? Beantworte ich gern, aber leider. Versteck dich. Los. Wenn das so ist... Hier, hilf mir. Ashley, schnell! Geh. Okay. Spielen wir. Eine Horde von denen gegen uns zwei. Nicht zu vergessen, dass es eine Horde Monsters ist. Vergiss das Stretching nicht. Ja, ja. Halt die Klampe. Dann kann's losgehen. Entspann dich. Erwohnt. Das sollte erstmal halten. Das ist sehr gut. Ja, ja. Das ist sehr gut. Ich kann nicht... Aber auf der Straße. Aber auf der Straße. Ich kann nicht... Die Klampe. Das ist ein sehr gut. Die Klampe. Die Klampe. Die Klampe. Das ist ein sehr gut. Ich kann nicht nur die Klampe. Ja, ja. Mein Einsatz! Gutes Teamwork. Noch mehr? Das übernehme ich! Steckst voller Überraschung. Das ist genug. Nein, nein, das geht ja. Das wird laut. Was zum Teufel war das Werden? Mein Einsatz! Gutes Teamwork. Okay, das sollte passen. Geht mir hoch! Los! Oh, sorry. Na ja, ich habe die Lauflehre. Oh, was? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Sieh noch! Da kommt was Großes auf uns zu! Bin gerade etwas beschäftigt! Helo, bleib in deine Manier! Jetzt sollte man immer mit einem Kettierbecken! Aber gerade im Schrot tut's auch! Oppsgeist! Oppsgeist! Was auf der Kettierbeettet! Beidee! Auf der Kettierbeettet ist es nur ein kleines Stream! Und zwar nicht alle, wir sind zählend. Das war's für heute. Ich hab auf dich gewartet, Superherr! Ich hab auf dich gewartet, Superherr! Noch mehr Hordas! Oh sie kommen! Okay! Hey! Hier drüben! Was ist das? Eine Horde von Wehen gegen uns zwei. Nicht zu vergessen, dass es eine Horde von Monster ist. Fertig mit Aufwärmen? Vergiss das Dettel nicht. Ja, ja, halt die Klappe. Dann kann es losgehen. Entspann dich, Cowboy. Oh, es ist auch Kapital. Okay. 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 Überlass das mir! Gutes Teamwork. Gutes Teamwork. Gutes Teamwork. Gutes Teamwork. Gutes Teamwork. Nicht schlecht, was? Tja. Es nimmt einfach kein Ende! Okay, das sollte passen. Noch wer? Ich bin gerade etwas beschäftigt! Dein Einsatz! Was ist das? Perfektes Timing! Hilf mir hier mal! Kein Schlussgang. Nia, Schierlach, schnell! Nia, Schierlach! Nia, Schierlach! Ah! Ah! Ashley! Was? Was passiert mit mir? Ashley, ist das das erste Mal, dass du Blut hustest? Was weißt du darüber? Der Husten, das Blut, wird verursacht von etwas namens Plager. Okay, ihr habt diese Leute gesehen. Du hast das gleiche in dir wie sie. Das gleiche, warum sie so wurden. Das, diese Symptome, die du da zeigst, sind erst der Anfang. Ich will nicht wie die werden. Du hast Glück. Naja, in diesem Stadium kann der Parasit, der Plager, er kann noch entfernt werden. Mit einem kleinen Eingriff. Man braucht nur etwas Know-How. Ach ja. Und die richtigen Tools. Vater, du auch? Keine Sorge, denn ich habe einen Plan. Aber ihr müsst mir vertrauen. Gut, dann sind wir Partner. Hey, warum hilfst du? Wir haben keine Zeit für Fragen. Die Uhr tickt. Warum hilfst du uns? Weil ich mich dann besser fühle. Belassen wir es dabei. Ich melde mich später. David, ich weiß nicht. Wer hat mir avatar. Ich bin mit einem großen Button. Ich bin mit einem kleinen Einfluss im Raum. Hey, hast du ne Kippe? Hab ich. Die, die du magst. Wo ist der Bernstein? Tut mir leid, den habe ich gerade nicht bei mir. Und du solltest mich wirklich für meine Arbeit loben. Ich konnte ihn gerade noch verstecken, bevor sie mich geschnappt haben. Sonst... Er ist tot. Unser Deal lautete, wir holen dich hier raus, wenn du uns den Bernstein lieferst. Kein Bernstein, keine Eskorte, Luis. Du stehst aufs Kleingedruckte, was, Ada? Also gut. Ich hole ihn, was sagst du? Und es gibt noch was anderes, das ich holen muss. Basis hier. Schlechte Neuigkeiten, Condor One. Bei diesem Wetter kann der Heli unmöglich landen. Könnt ihr warten, bis der Sturm sich legt? Negativ, zu gefährlich. Wir suchen uns so lange einen Unterschlupf. Tut mir leid, ich wünschte, ich könnte mehr tun. Keine Sorge, wir schwimmen heim, wenn's sein muss. Condor One Ende. Gehen wir. Was... was... wird mit mir passieren? Konzentrieren wir uns erst mal darauf, dass wir hier wegkommen. Ja, verstehe. Entferne dich. Okay. Okay. Da ist was Neues reingekommen. Das... Könnte dich interessieren. Willkommen. Hab seltene Ware im Angebot, Fremder. Es gibt Dinge, die kann man nicht mit Geld kaufen. Eine Waffe den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Hat etwas Künstlerisches, nicht wahr? Ich garantiere dir, du wirst deine Investition nicht bereuen. Besten Dank. Ah, das Ding hat den Namen Wummel doch echt verdient. Verarbeite deinen Gegner zu blutiger Kritze. Probier mal, ob's passt. Für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl, Fremder. Auf die Details kommt's an. Wirst schon sehen. Bist du beeindruckt? Haha. Bei dem handwerklichen Geschick ist das kein Wunder. Kleinigkeit. Die Waffe wird großartig damit aussehen. Das hab ich nicht immer vorrätig, Fremder. Kann ich sonst noch... Komm, jederzeit wieder. 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 So. Wir haben Gesellschaft, folge mir, aber leise, verstanden? Okay, ich, ich versuch's. Okay, 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 ich versuch's. Okay. Okay, ich versuch's. 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 Gehen Sie! Entferne dich! Okay! Augen zu! Augen zu! Okay. 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 Ich werde mich sowas von erkälten. Verdächtig, ruhig hier. Aus dem Weg! Ich werde sieben! Ich werde sieben! Ich werde sieben! Okay. Okay. Bleib hier. Geht nicht auf. Ja, super. Sorry, wir treffen es etwa euch. Ich fühl mich geschmeichelt, aber für zwei bin ich echt nicht in Stimmung. Lieber Escher! Aus dem Weg! Geht aufs Haus! 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 Verdammt, voll ist klar. Langsam hab ich genug. Ich bin dein K吻. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk Was ist das? 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 Was ist das erste Mal, dass du vor irgendwelchen Schlümern flüchtest? Soll das etwa ein Kompliment sein? Entfern dich! Alles klar! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Okay, come. Okay. Ashley! 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 Lauf! Beheilung! Ashley! Beheilung! 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 Ah, die Arbeit ruft. Willkommen. Wofür kann ich dich begeistern? Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel. Ah, dafür lasse ich einiges springen. Es gibt Dinge, die kann man nicht mit Geld kaufen. Deine Waffen sind in guten Händen, Partner. Keine Sorge. Langsam verstehen wir deinen Geschmack, Fremder. Bist du beeindruckt? Bei dem handwerklichen Geschick ist das kein Wunder. Kann ich sonst noch etwas für dich kommen? Jederzeit wieder. Willkommen. Oh ja, damit kann ich definitiv was anfangen. Ich hab nur die Feind. Stirb mir da draußen nicht weg. Vorsichtig. Neon! Beende deinen zwecklosen Kampf. Überlasse deinen Körper dem Willen unseres Gottes. Du bist ein beschissener Missionar. Weißt du das? Oh, Allmächtiger. Gebt mir die Kraft, eure Feinde zu zerquetschen. Leck mich doch. Ashley, weg! Okay. Hasta luego. Dort. Ich danke dir für deine Gabe. Du willst spielen? Dann spiel mir. Ich ziehe das Konder. Ich hice mal. Ich hege das Konder. Ich mache die Gäuze. Dann spiel mir die Gäuze. Ich mache die Gäuze. Wie tödlich du das bist. Wie tödlich du das ist. 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 Hier stürzt euch alles ein. Bestell deinem Gott schöne Grüße. Hey, kommst du? Wie tödlich du das ist. 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 Tja, wenigstens kann uns so keiner folgen. Na komm. Hallo, Luis hier. Seid ihr noch da? Ich wollte heim, aber Ashley bestand auf einem Abstecher zur Burg. Perfekt, ich habe nämlich ein Geschenk für euch. Medizin, die das Vorschreiten eures Problems verzögert. Wo sollen wir hin? Mal sehen. Kommt zum Burghof, weiter drinnen. Wir treffen uns dort. Ciao. Okay, Ashley. Luis sagt, dass wir... ...dass wir in der Nähe des Vorschriften kommen. ...dass wir in der Nähe des Vorschriften kommen. Schon klar. Wir sollten wohl besser los. ...dass wir in der Nähe des Vorschriften kommen. ...dass wir in der Nähe des Vorschriften kommen. Papp, neue Ware, Fremder. Halte ich schon mal fest. Willkommen. Ich hab was Neues für dich. Es gibt Dinge, die kann man nicht mit all der Tinnef in dem Laden. Tut der Pappnase von Burgherr auch keinen besseren Gefallen, stimmt's? Ich kaufe fast alles. Ein hervorragender Deal. Kleinigkeit. Das ist, was ich derzeit habe. Das ist, was ich zu Hause machen. Zeit ist Geld, Partner. Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Ich garantiere dir, du wirst deine Investition nicht bereuen. Ob Robine oder Ramsch, es macht keinen Unterschied. Aber wir entscheiden, was es uns wert ist. Ich sehe, du hast ein Auge für sowas. Bei Waffen geht es nicht nur ums Schießen, es geht auch ums Nachladen. Du weißt sicher, wovon ich rede. Warte, nimm das noch. Kriegsturm, Informationen sind heutzutage eine Ware. Auch ein Messer braucht hin und wieder. Probier mal, wie sich das anfühlt. Jemand wie du sollte den Unterschied sofort bemerken. Für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl, Fremder. Auf die Details kommt's an. Wirst schon sehen. Dein, probier mal, ob's passt. Meine Waren sind in einem Top-Zustand. Das versichere ich. Ich hab nur die feindste Ware im Angebot, Fremder. Wie bitte? Wo wir unsere wahre, angenehme Reise... Wir wollen uns in einem Top-Zustand. Willkommen! Wofür kann ich dich begeistern? Das ist, was ich derzeit habe. Es gibt Dinge, die kann man. Eine vernünftige Entscheidung, Partner. Ihre Kugeln durchschlagen so gut wie alles. Auch ein Messer braucht hin und wieder etwas Pflege. Könnte zwischen Leben und Tod entscheiden. Für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl, Fremder. Auf die Details kommt's an. Wirst schon sehen. Ich habe kaum je... ... ... ... Das war's für heute. Okay. 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 Okay.